Hi Mike! Hä? Spongebob, was machst du denn hier? Ocean Man, also ja, ja. Wir können was aufnehmen. Ah, toll! Wie ist das Video? Ähm, na ja, also... Spongebob! Du sollst etwas spielen. Was auf mich geht! Cool! Hey Leute! Willkommen zu der Spongebob Schockkopf-Film oder wie ich den nenne. Spongebob, der Film, das Spiel. Und hier sind meine Credits! Yay! Ich habe es durch. Was? Glaube ich dir nicht. Hier, sieh selbst. What the... Warum so überrascht? Na ja, ich hätte nicht gedacht, dass du es durchspielen würdest. Warum nicht? Du hast doch gesagt, ich soll. Ja, aber ich dachte, du wirst einfach ignorieren und irgendwas anderes spielen. Ja, aber ich mochte das Spiel und kann das aus meiner Kindheit. Hm, ich wünschte, Leute würden auch mein Spiel spielen, so wie du. Ich könnte dir helfen. Ich habe dir auch irgendwie schon eigentlich geholfen. Ich habe nämlich ein paar Videos von deinem Spiel gemacht. Nani, hast du echt? Kannst du auch Videos zu meinen anderen Spielen machen? Wenn der Beef gegessen ist, klar. Yeah! Ja! Ocean Man Take me by the hand Lead me to the land That you understand Ocean Man The voyage to the corner of the globe Is a real trip した Elizage The voyage to the world To the world Do You freer Voir Probation Do dura Super Im Bis zum nächsten Mal.